Beleiden kann er gut, wenn er verliert. Ja, deswegen ist er vielleicht vom Server gegangen, weil er das nicht glaubt. Ja, er hat an. Guck! Fabian hat er schon geholt. Fabian hat er schon geholt. Ja, er hat sich um die Ecke gekommen. Er wusste direkt, wo ich stehe. Ja, er ist da unten. Da unten sind jetzt zwei Texte, oder? Ok. Seh ich hier mal keinen. Ja, der hat an, ey. Mich hat er jetzt, ey. Es ist so eine Flasche. Ich kann ihn nicht helfen. Mach nix. Es ist so eine... So eine Lupe. Ja, das ist ein Sniper auf der Promenade hinten. Ja, klar. Ja. Ja. Und Aim and Fires auf der Promenade. Ja. Ja. Und Aim and Fires auf der Promenade. Ja. Was? Ja. 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 Ja, hat er schon vorkommen. Ja. 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 Ja, man hat ihn. Ja. 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 Stefan. Ja. 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 ich hab 3 kills design 3 und ich hab schon 3 verloren ey und 1 kill ey ja toll ja wenn es da einfach an sind jawoll ja klar und ich kann nicht schießen scheiße er spielt 3 zu 6, der ist übel zu einem Abfall ja ich hab ja auch gehofft, dass du den nicht getötet ja klar war hinter der Deckung ja ich springe runter während des Rundersprings ich steckst in der Sniper jetzt ist er wieder runtergegangen ist er runter? ja ja ich hab keinen Bock mehr ja ja hab ihn ja weil er verliert, deswegen ist er runtergegangen Er hat übelst auf die Fresse gekriegt. Der hat 3 zu 7 oder so ne Scheiße gespielt. Wer ist denn das? Entfernen Sie, wenn man keine потому ist. Oh, die sind nicht! Ah, ich habe einene Handwerk! Ja, ja, ich bin hier losgegangen! Ich hab über 4 auf der Tunis. Ah, das ist unsere! Wir können Dinn kommen! Wir können Dinn kommen! Aber das ist das KC-K-K-K. Ja, dass du es schließlich für sich das KC-K-K. Denkst du?